Wo kommt Paddington? Da kommt Paddington. Auftritt Svenja. Paddington ist sein Name. Sie ist dein Partner. Was? Sie ist Schülerin. Seltsam. Illegale Schülerstudent im Studi von Seth. Wie wir alle jetzt. Außer du. Außer dir. Außer dir. Außer du. Deutsch ist nachher schwer. Ja, haben wir heute schon festgestellt, ne? Lass mich in Ruhe. Sie bin schön. Ihr seid so gemein von mir. Ich bin müde. Ich war müde. Ich bin müde. Ich weiß es nicht. Ich bin müde. Ich sein müde. So rein scheißegal. Ich versteht jeder. Ich schreibe nicht. Ich schreibe nicht. Das macht doch nicht. Und das macht doch nicht. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde.